Hey, 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 hey! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge FCA aktuell mit wirklich spannenden Themen im Gepäck. Es gab ein spannendes Kicker-Interview von Michael Ströll und Marinko Gjorendic, wo man sich über die Ausrichtung des Vereins nochmal geäußert hat. Top 10, langfristiges Ziel, wollen uns ein paar Zitate anschauen und wir wollen auch darüber sprechen, dass unser Kader ausgedünnt werden soll, Das ist ja kein Geheimnis, 32 Spieler stehen im Kader, werden wir uns zusammen den Kader mal heute anschauen. Da wird auf jeden Fall was im Winter passieren, so viel ist auf jeden Fall jetzt schon mal klar und da wurde sich auch schon drüber geäußert. Das sind so unsere Hauptthemen heute und ja, ich hoffe ihr seid alle gut, erstmal in die Woche gestartet, Montag immer ein Tag für sich. Und ja, ich wünsche euch jetzt viel Spaß, mit einem Daumen hoch könnt ihr das Ganze natürlich mit einfach unterstützen. Fangen wir erstmal an Leute, ja, wo soll man anfangen? Schauen wir erstmal vielleicht auf die Tabelle. Wir stehen auf Platz 10 nach 11 Spieltagen, Jess Torrup ist super angekommen, 8 Punkte geholt aus 4 Spielen, ist ungeschlagen, 4 mal nach Rückstand auch zurückgekommen. Das sind schon tolle Werte und vor allem auch das Spielerische hat vielen gefallen, man hat einfach wieder Spaß am FCA. Es ist nicht alles perfekt, wir kriegen zu viele Gegentore, wir geraten immer in Rückstand, die frühen Gegentore sind noch da. Es gibt natürlich viel Arbeit, aber wer hat erwartet, dass jetzt gleich wir jedes Spiel gewinnen? Ich glaube keiner mit 8 Punkten und keiner Niederlage unter Jess in 4 Spielen kann man sehr, sehr, sehr zufrieden sein. Sind wir ehrlich, gegen Hoffenheim hätten wir hinten aus auch noch das Spiel gewinnen können mit etwas Glück. Wir stehen auf Platz 10, das hätte ich vor der Saison nach 11 Spieltagen, also vor dieser Länderspielpause, sofort unterschrieben. Zehnter Platz, das ist wirklich super. Ja, wir haben noch ein paar harte Brocken vor der Winterpause, so Mannschaften wie Stuttgart muss man noch spielen, Dortmund, man muss auch noch gegen Leverkusen spielen. Das ist richtig, kommt auch so alles gebündelt. Dementsprechend sollte man jetzt auf jeden Fall in den nächsten Spielen gegen Bremen, Union, Frankfurt schauen, dass man was holt. Aber ich sage auch, in Augsburg musst du immer erstmal gewinnen. Also wir können gegen jede Mannschaft punkten, in meinen Augen, genauso wie jede andere Mannschaft auch gegen andere Teams. Siehe Heidenheim, Heimsieg gegen Stuttgart, hat da mit jemand gerechnet? Nein, Fußball ist immer alles möglich. Jeder hat am Ende denselben Spielplan, also dieselben Gegner in den 34 Spieltagen. Von daher, ich schaue voll positiv jetzt in die nächsten Wochen. Also Momentaufnahme ist schon mal mega. Jess Toro war gefühlsmäßig eine wahnsinnig gute Entscheidung für unseren Verein. Sein ganzes Auftreten, sein Charisma, wie er ankommt, die Erfolge, die Ergebnisse, alles gibt ihm momentan recht. Dass er ständig in der Regionalliga Bayern zuschaut, bei den Jungs, ihnen Feedback gibt, was sie besser machen müssen. Das ist wirklich stark. Also er ist präsent, er schaut sich die Spiele der Jugend an, er ist bei den Profis scheinbar unglaublich gut angekommen und auch bei uns. Man merkt einfach, wir haben einfach wieder Spaß an unserem Verein. Und das ist doch das Allerwichtigste. Freude am FCA-Fuß. Bei unseren Tugenden sind einfach wieder auf dem Platz zu erkennen. Bei uns geht es nicht darum, dass alles perfekt auf dem Platz läuft, sondern einfach, dass wir unsere Werte auf dem Platz kriegen und einfach so ein ekliger Gegner sind, der auch nach vorne Akzente hat, der einfach sehr unangenehm ist, auch wirklich für jeden Gegner und nicht nur lange Bälle schlägt. Das hat sich jetzt wirklich schnell geändert. Und jetzt kommt das Ding mit der Top Ten. Top Ten langfristiges Ziel. Ja, Herr Michael Ströll hat sich da geäußert mit Herrn Jurendisch zusammen. Ich möchte erst mal hier zitieren. Die Verantwortlichen des FC Augsburg wollen sich auf Dauer nicht mit dem Kampf um den Verbleib in der Bundesliga zufriedengeben. Zitat, wir wollen mehr erreichen als in den letzten zehn Jahren und glauben, dass der gesamte Klub zu mehr fähig ist, sagte Geschäftsführer Michael Ströll. Also dazu gehört natürlich auch das Umfeld, die Stadt Augsburg, wie wir mittlerweile dastehen. Jetzt auch der neue Trainer, die neuen Mitarbeiter, Herr Moser mit reingenommen. Wie man sich strukturell aufgestellt hat, dass Herr Reuter im Hintergrund beratend ist, dass ein Herr Jurendisch jetzt das sportliche Sagen hat. Es ist ja ein Umbruch stattgefunden. Der neue Kader, der sicherlich auch spannend hat. Auch hier hat Enno Maas natürlich auch Mitarbeit geleistet. Das muss man auch wirklich sagen und auch dankbar sein. Doch einige spannende Talente überzeugt, eben erst auch nach Augsburg zu kommen. Aber jetzt das Gerüst, wie es jetzt ist, ist wirklich spannend. Jetzt sehen wir uns einer Meinung, dieses Ziel Top Ten langfristig zu schaffen. Das wurde ja schon ein paar Mal jetzt geäußert. Jetzt nochmal bestätigt. Man glaubt, dass die Stadt Augsburg, der Verein Augsburg, das mittelfristig schaffen kann. Nicht langfristig, sondern eher mittelfristig. Also das Ziel ist klar ausgedrückt. Aber man darf hier eines auch nicht vergessen, sagen die Verantwortlichen sofort auch. Nur weil man das Ziel hat, mittelfristig in die Top Ten zu kommen, wird es für uns immer zuerst darum gehen, die Klasse zu halten. Immer. In jedem Jahr. Die Basics ist klassenhalt, demütig. Jedes Bundesliga-Spiel als ein Fest sehen. Weil die Garantie haben wir nicht, dass wir ständig die Klasse halten. Wer weiß, was passiert dieses Jahr noch. Die Garantie gibt es nicht. Aber natürlich ist es gut, auch ein bisschen ambitionierter zu sein, mit dem Ziel, Klassenerhalt früher zu schaffen. Nicht bis zum letzten Spiel da im Abstiegshand zu stecken. Und dann, wenn man diesen wirklich in den Tüchern hat, auch mal schauen, was geht so in der Tabelle. Und ich finde es klasse, dass man sich das traut. Die Umsetzung ist halt jetzt das Wichtige. Zitieren wir mal weiter. Die Entwicklung werde nicht von heute auf morgen passieren, wie gerade erwähnt, ergänzte er. Aber ich bin überzeugt, dass wir den FC Ausbruch auf Strecke in den Top Ten der Bundesliga etablieren können. Das primäre Ziel des Vereins will Ströll dennoch nicht aus den Augen verlieren. Das ist eben genau das. Priorität hat die Zugehörigkeit zur Bundesliga. Das A und O, das Allerwichtigste. Und wenn wir am Ende mit Hach und Krach die Klasse halten, dann ist es trotzdem eine ordentliche Saison. Priorität hat die Zugehörigkeit. Als FCA dürfen wir nicht so naiv sein und glauben, automatisch dauerhaft dabei zu sein. Nur weil wir das die letzten 13 Jahre am Stück geschafft haben, sagt er. Aber, und das ist die klare Ausrichtung, wir sind ambitioniert. Und irgendwie hat man jetzt gerade mit dem neuen Trainer, jetzt stabilisiert sich das Ganze irgendwie gefühlt, schon ein gutes Gefühl, dass es dieses Jahr zumindest nicht bis zum letzten Spieltag in den Abstiegskampf gehen muss. Wenn es so ist, kommt, nein, wir sind halt der FCA. Aber dass man so ambitioniert ist, mutig, mittelfristig, das verkündet, ich finde es klasse. Wir haben uns das erarbeitet, 13 Jahre dabei zu sein. Wir wollen einen schönen Fußball wieder spielen. Es geht in die richtige Richtung. Es sind viele Tore passiert in den letzten vier Spielen mit FCA-Beteiligung. Spektakel hin und her, viele Abschlüsse, Torraum-Szenen. Und genau in die Richtung bewegt es sich gerade, dass man zumindest ein bisschen auch den Glauben kriegt, dass es klappen könnte. Davor sah das halt einfach nicht so aus, sondern wurde nur gesagt. Schauen wir mal weiter, was noch geschrieben wird. In der Länderspielpause werden wir mit Jess Torrup eine erste Bestandsaufnahme des Kaders machen. Könnte Jurendic an der FCA hat derzeit 32 Spieler im öppigen Profi-Aufgebot. Die Kaderplanung ist ein rollender Prozess. Im Winter können wir weiter optimieren. Ich lege mich nicht fest und sage, wir werden vier Spieler weniger haben. Also, ganz klar, wir müssen nicht drüber reden. Jetzt schauen wir mal auf unseren Kader. Transfermarkt.de nehmen wir mal hierher als Quelle. Wo haben wir es denn? Hier, wir haben einen XXL-Kader. Es wird auf Dauer auch Unzufrieden geben. Herr Torrup kommuniziert das für mich gerade auch gut. Ein paar mussten ja schon bei der zweiten Mannschaft mitspielen, wie zum Beispiel ein Cardona und ein Mboku. Und haben das auch gut gemacht. Haben beide gescored am letzten Spieltag beim fulminanten Sieg gegen Nürnberg 2. Aber ja, fangen wir mal an. Im Tor finde ich es alles in Ordnung. Damen, Kubek, Klubik. Das passt. Innenverteidiger. Wenn wir mit Viererkette spielen, wirklich krass überladen. Udo Kai, Tanganga, Rhys Oxford. Langzeit verletzt bei ihm. Hoffe ich immer noch, dass er zurückkommt. Ganz problematisch. Hier an ihnen auch wirklich nur alles Gute. Maxi Bauer, Patrick Pfeiffer, Jeffrey Gouvelleu und Freddy Winter. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gelernte Innenverteidiger für aktuell zwei Positionen. Bei Tanganga muss man sagen, man könnte auch RV spielen. Nur sehe ich hier Gummi und Mbappu klar vorne. Also Tanganga ist eher eigentlich auch ein IV, der RV kann. Also hier sieht man schon, puh, könnte man was machen. Ich möchte jetzt auch gar nicht hier reinstreuen, was ich machen würde. Aber man sieht, hier sind wir überladen. Ein Winter wird zum Beispiel, finde ich, schwer haben. Da könnte man über eine Laie nachdenken. Vertrag noch bis 2025. Aber man muss auch irgendwann bereit sein, auch Spieler abzugeben. Aber es ist schwierig. Pfeiffer ist neu dazugekommen. Tanganga wurde erst geliehen. Man hat ja auch mal die Kaufoption noch. Wir werden sehen, wie das hier weitergeht. Also das ist wirklich schon krass überladen. LV-Position. Iago, Peters und Czollina. Iago und Peters, bin ich froh, dass beide da sind. Und Iagos Vertrag läuft halt eben aus bis 2024. Mal schauen, wie sich das entwickelt. Ob er den Verein verlassen will. Im Winter gibt es doch die Möglichkeit, für ihn Ablöse zu kassieren. Ich muss aber ehrlich sagen, aktuell unter Torup gefällt er mir wieder sehr gut. Petersen ist gesetzt. Czollina scheint so ein bisschen noch die Bundesliga-Qualität auf diesem Niveau zu fehlen. Also er ist aktuell gar keine Option. So wirklich, könnte mir vorstellen, dass hier es zu einer Trennung kommen könnte oder einer Laie. Man hat dennoch lange Vertrag. Bei Jeff, sage ich auch ganz klar, hier würde ich den Vertrag sofort verlängern. So ein verdienter Spieler, Top-Leistung, in 32 Jahren Qualität entscheidet nicht das Alter. Man braucht ein paar erfahrene Spieler wie ihn. Mit ihm würde ich mich unbedingt nochmal an den Tisch hocken. Er spielt wirklich top. Und ich glaube, er kann uns nur helfen, wenn er im Verein ist. Passt noch nebenbei. Und wir haben natürlich noch Aaron Zehnter, nicht, dass ich ihn hier vergesse, unser Supertalent, der auch immer wieder gute Spiele macht, jetzt auch in der Regionalliga Bayern. Hier muss man sich natürlich auch dann überlegen, wie weit geht es mit ihm dann weiter. Er schnuppert ja auch immer wieder mal, trainiert immer bei den Profis mit. Ganz netter Bursche. Ihm würde ich es auch sehr gönnen, wenn er über Mittelfristigkeit es in den Kader schafft. Er hat sicherlich das Potenzial, es auch zu packen. Da muss man sich natürlich auch über eine Lösung Gedanken machen. Wie wird bei ihm der nächste Schritt dann ausschauen? Vertrag hier ja eben auch bis 2024. Ich würde Aaron sofort sagen, verlängert das Ding. Das weiß er, glaube ich, auch. Robert Gummi und Mbappu RV ist aktuell gut gelöst. Gummi wieder in Form. Dementsprechend haben wir auf der RV momentan mal wieder eine Phase, wo wir nicht rumheulen müssen, dass wir hier Spielermangel haben. Haben wir zwei gute Jungs. Frammi ist lange verletzt. Da könnt ihr mir auch vorstellen, dass es zur Trennung kommen wird, überlang. Und ja, das ist halt dann auch mit Spannung zu beobachten. Mbappu hat bis 2024 Vertrag. Bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob wir auch eine Option haben. Ich glaube nicht. Ja, auf jeden Fall für dieses Jahr haben wir zwei gute RVs, wenn beide fit sind. Sind wir nicht überladen. Genauso, ja, schauen wir mal weiter. Sechser, Mittelfeld, Niklas Dorsch, Tim Breithaupt, Arne Engels, Arne Meyer, Elvis Rechtsbetschei. Also hier fünf Spieler sind das für zwei Positionen. Arne Engels kann auf dem Flügel spielen. Arne Meyer auch. Arne Meyer hat es aber auch vor seiner Verletzung wirklich enorm schwer, dieses Jahr allgemein ganz wenig gesammelt, ja, zu spielen. Also hier ist auch spannend zu beobachten, wie es hier weitergeht. Sind wir vielleicht einer zu viel? Auf jeden Fall könnte man auch überlegen, was zu tun. Mal sehen, was hier passieren wird. Niklas Dorsch, keine Debatte. Engels, keine Debatte. Elvis Rechtsbetschei, aktuell echt, auch gut am Performance, seit Torup da ist. Ja, also Tim Breithaupt, er ist neu erst gekommen. Am Ende spricht man über Arne Meyer. Aber ja, das liegt auch nur daran, weil er jetzt wirklich dieses Jahr ganz schwer zum Zug kommt. Letztes Jahr war er einer der Garanten mit seinen Toren. Sehr spannend, ne? Also irgendwas wird ja passieren. Okugawa, ja, ist auch neu gekommen. Dementsprechend müssen wir über ihn noch nicht sprechen. War verletzt. Wird, denke ich, seine Qualitäten auf jeden Fall noch zeigen können. Auch von der Bank, müssen wir abwarten. Der ist neu. Jensen hat wirklich super gespielt unter Torup. Kömür, das nächste Megatalent mit Arne und Zehnter, wo man halt gucken muss, was macht man da? Er hat Interesse geweckt bei einigen Teams. Ist auch keine Überraschung. Er spielt bei der U19 Deutschlands. Solche Spieler wecken immer Interesse. Sorgt mit seinem Talent, ne? Gerade auf dieser Zehner-Position. Findet oft Räume. Ist quirlig. Kann im Steckpass spielen. Ist torgefährlich. Toller Kicker. Da hoffe ich natürlich auch, dass er vielleicht es bei uns schafft. Also er und Aaron sind sicherlich momentan, zumindest am nächsten an den Profis, auch spannend zu beobachten. Nathanael Mbuku, sicherlich einer der Enttäuschten bei uns. Spielt aktuell auch bei der zweiten Mannschaft. Er scheint momentan einfach nicht für die Profis zu reichen. Bei Eno haben wir noch alle gesagt. Ey, warum spielt er nie? Da waren wir aber auch zu weit weg. Jetzt merkt man ja, also Jess Torrup setzt ihn auch nicht ein. Er ist eher bei der Reserve. Hat ihm aber das klar erklärt, was er von ihm erwartet. Mbuku ist noch sehr jung mit 21. Er hat ihm klar gesagt, was fehlt ihm, um bei den Profis zu spielen. Und ja, aktuell sieht es zumindest so aus, als wäre Mbuku mit der Rolle erstmal einverstanden, weil mit ihm wahrscheinlich auch gut gesprochen wird. Hier muss man natürlich aber auch schauen, ob langfristig die gute Lösung für ihn ist, in der Regionalliga Bayern zu spielen. Er hat auch sicherlich Ambitionen, beim Erstligaklub sich durchzusetzen. Aber aktuell scheint es einfach nicht zu reichen. Aber er steht mit Jess im Kontakt. Vargas, Vertrag bis 2025, hat mal erwähnt, dass er sich mal eine Luftveränderung vorstellen kann. Hier aber bitte behalten, behalten, behalten. Einer der wenigen Eins-gegen-ein-Spieler. Er kann noch viel mehr, das weiß er selber. Wird es aber, denke ich, zeigen können unter Jess. Den wird Jess nicht ziehen lassen. Ruben muss bleiben. Hat auch, wie gesagt, bis 2025 Vertrag. Das steht für mich nicht zur Debatte. Wie Demirovic auch. Wird Angebote kriegen, wird attraktiver werden, auch für andere Klubs. Ist aber hier der Kapitän, hat einen wahnsinnigen Marktwert, auch langen Vertrag. Er ist hier glücklich. Steht nicht zur Debatte. Dion Bellio kämpft mit Tietz um die Mittelstürmerposition gerade. Irving Cardona hat schwer. Der ist ähnlich wie in Buku, gerade ein bisschen zu weit weg. Spielt beim FCA zweimal ab und zu mit. Und Sven Michel. Also wir haben auch viele Stürmer, müssen uns nichts vormachen. Hier könnte ja auf jeden Fall auch was passieren, dass einer uns verlassen könnte. Wir sind es einfach mal durchgegangen, Leute. Mir fällt schwer, zu sagen, wen würde es jetzt gehen lassen. Weil das sind unsere Jungs irgendwo. Am liebsten würde ich immer alle im Kader haben. Das sind nun mal alles meine Lieblingsspieler. Die Augsburger sind meine Jungs, unser Kader, unsere Truppe. Es ist jeder einfach sympathisch. Man hat mit jedem irgendwas in Verbindung. Man geht halt durch den Teil der Tränen mit vielen Spielern auch schon jetzt ein bisschen länger. Ja, die wachsen einfach einer schnell ans Herz. Aber man ist sich wo einer Meinung nach, dass sich das anschaut, dass gerade so Innenverteidiger vielleicht einen Stürmer noch, vielleicht einer im Mittelfeld zentral noch gehen könnte, weil wir einfach zu viele sind. Ja, also der Verein denkt drüber nach, was man machen kann. Und wir werden sehen, was am Ende passiert. Ich fand es einfach mal ganz interessant, das mit euch zusammen durchzugehen. Kann auch sein natürlich, dass wir jemanden noch verpflichten. Ja, Storup, wie gesagt, macht jetzt die Bestandsaufnahme. Mir fehlt in dem Kader eines noch. Ein Spieler, weil wir spielen gerne im 4-4-2 mit sehr viel Tempo. Also ein High-Speed-Spieler, den man einfach auch mal von der Bank bringen kann. Aber auch als Starter, der einfach das gewisse Etwas hat, wenn man hinten aus nochmal einwechselt, einen mit sehr viel Speed reinzubringen, ist immer gefährlich. Das macht auch Bremen mit N'Gymar zurzeit als Beispiel. Da fehlt mir noch so ein Kicker, so ein Spielertyp. Einer mit wirklich mega High-Speed, der auf außen alle Positionen spielt, kann als Joker gefährlich, als Starter. Vielleicht wird man in der Richtung was machen, weil Jess spielt nun mal gern über den Flügel, besetzt da auch gerne die Räume und versucht dort auch Umschaltspiele zu inszenieren. Also Umschaltmomente zu inszenieren. Kann mir gut vorstellen, dass wenn im Winter in den Zugang kommt, ein Typus Tempo-Tribbler mit sehr viel High-Speed den Kader verstärken könnte. Ansonsten sind wir, finde ich, gut besetzt in der Breite und es werden uns eher Spieler verlassen, wie hier auch schon erwähnt wurde. Genau, Leute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt mir gerne was dazu. Ihr könnt mir auch in die Kommentare vielleicht schreiben. Vielleicht fällt es euch da ein bisschen leichter. Wem würdet ihr ziehen lassen? Welcher Typus Spieler würdet ihr noch verpflichten, wenn was im Winter noch passiert? Wie ihr seht, die Planung geht natürlich schon los jetzt mit Jess. Da wird sich was tun. Ich bin sicher, dass auch ein, zwei Zugänge kommen können. Schreibt mir gerne, was ihr euch da wünschen würdet. Damit, ansonsten, abgängetechnisch wird zu 100% was passieren. Wir sind zu groß im Karriere und das Ziel Europa, äh, Ziel Europa, sage ich schon, Ziel Top Ten, ist formuliert mittelfristig, ist ambitioniert, aber ist, finde ich, das Richtige. Ganz klar, ist immer wieder zu erwähnen, das Allerwichtigste ist der Klassenhalt. Ziel 1, bevor in der Saison losgeht, schnellstmöglich die Klasse erhalten. Wenn am Ende die Klasse gehalten ist, ist das Ziel, das Minimalziel mittlerweile in Augsburg erreicht. Und wenn wir sie früher halten, die Klasse, schauen wir auch ein bisschen mal Richtung Mittelfeld. Und ich würde mich schon freuen, wenn wir dieses Jahr eine ruhigere Saison erleben. So ein bisschen Optimismus ist auf jeden Fall da mit diesen Leuten, gerade im Verein, mit diesem Kader, mit diesem Personal, mit diesem Trainer. Da kann man auch auf jeden Fall ein bisschen positiver in die Zukunft blicken. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Däumchen nach oben, würde mich freuen, Leute. Könnt gerne auch mal auf meinen Gaming-Kanal vorbeischauen. Da kommen in Zukunft auch ein bisschen EAFC-Prognosen zu den Spieltagen, werde ich machen, cool kommentiert. Gerade haben wir unser Manager-Twitch-Projekt, wo ich immer lustig für euch zusammenschneide, ein bisschen mit Humor nehmen. Könnt ihr gerne mal reinschauen, ist hier auch immer im Auto dabei und überall verlinkt. Ansonsten, ja, habt eine schöne Woche. Tapfer durch, halt Länderspielpause. Wir werden genug Material, denke auf YouTube, auf jeden Fall trotzdem machen. Und ja, euer Dennis. Ciao, ciao. Amen, 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 Amen.